Später Abend des 25. Hesinde. Kazim liegt seit mehreren Stunden auf dem Bauch und versucht sich zu konzentrieren. Es hat geregnet, das Moos unter ihnen ist nass und die Steine sind sehr glitschig. Seit sehr, sehr langer Zeit passiert hier gar nichts. Innerhalb der Paradisade umso mehr. Selbstverständlich haben sich alle Karmotgardisten gemeldet, wenn es heißt freiwillig. Selbstverständlich hat keiner von ihnen Lust, aber Schwäche zeigen wird nicht toleriert. Und da sich dann alle darum schlagen, werden Streichhölzchen gezogen. Nach und nach haben sich die 10 Freiwilligen herauskristallisiert, die morgen in die Berge hervorstoßen sollen. Dann gibt es ein erneutes Knacken der Berge unter euch, der Boden reißt wie ein Erdbeben auf und ein kleiner Riss klafft im Gestein. Petito Dorkstein, der wie gesagt hier in der Formation vor euch steht, scheint das Ganze nicht zu interessieren. Er hat die Namen nun vorgelesen und ja, nachdem Osko als sein Offizier sich bei ihm abgemeldet hat, tritt er ebenso in die Reihe zurück. Die Namen wurden jetzt wie gesagt alle vorgelesen, sodass es klar ist, wie die Wachen eingeteilt worden sind. Eine Grundformation, also zwei Karmotgardisten blieben am Tor stehen, um dann aufzupassen. Eigentlich die perfekte Lage für die Samurajins, um jetzt anzugreifen, aber die haben ja andere Befehle und warten auf das Zeichen von Kazin. So, also wird jetzt in die Freiwache gehen Jaschnatus zusammen mit Yalan und Vespertilio. Die dürfen sich also schlafen legen, wenn sie das denn wünschen. Dann dürfen die zehn Freiwilligen sich demnächst dann, ja auch, es heißt dann wohl, dass sie sich zurückziehen dürfen, denn morgen wird die Reise in die Berge angetreten, da muss man fit sein. Riddijan zusammen mit Targunigor wird nach oben den Platz antreten und die Mine bewachen. Achso, das wird dann gleich passieren. Das Zweiflügportal, warum auch immer, da verstanden vorher keine Leute davor. Agribalrik zusammen mit Geron wird den Turm oben besetzen, den Ausguck. Und Thürkramund und Rondrigo werden an das Tor herantreten, während die beiden, die dort gerade stehen, ihren Platz wieder oben auf diesem Ausguck einnehmen. Das sind die Befehle. Es gibt ein kurzes Salutieren von Perdido in Richtung von euch. Also so ein bisschen militärisches Kalkül gibt es wohl immer noch in diesen Einheiten. Das kann man eben auch anerkennen. Und dann löst sich diese ganze Formation auf. Perdido tritt dann seine Offiziere heran, das Enduriumkorb. Und die verfallen dann in einen kleinen Plausch. Ja, ich habe euch einfach mal grob in die Richtung gezogen, in die ihr dann gleich gehen dürft. Noch könnt ihr aber beisammen stehen. Das heißt, wenn Jalan sich da mit den anderen unterhalten will, würde das natürlich auch funktionieren. Die anderen verfallen gerade. Also dieser 10er-Trupp verfallt gerade in ein bisschen Schnattern. Die K-Mordgardisten, die sich natürlich schon untereinander kennen, werden so ein bisschen Schweiß auf der Stirn stehen haben, sich dann ihre Helme wieder aufsetzen, damit man das nicht ganz so sieht. Denn, naja, ihr habt es ja mitbekommen. Wirklich freiwillig ist das alles nicht. Die haben da auch keine Lust zu, weil sie wissen, was ein Scratch-Schuh ist. Daraus beziehungsweise unteroffiziell Jalakin schaut sich einmal die Rüstung der anderen K-Mordgardisten an, um ihre Ränge herauszufinden. Du kannst sehen, dass es sich dabei wohl um einen weiteren Unteroffizier handelt. Das ist Varicellus. Der ist also gleich oft mit dir. Und die anderen sind quasi alle Mannschaft da. Also vom Hauptgefreiten bis zum Oberstabsgefreiten. Das ist da alles bei. Oder Weißt du, was es da auf sich hat mit diesem Scratch-Schuh? Scratch-Schuh? Ihr seid die Neuen, ja? Natürlich seid ihr das. Äh, Schlangenmenschen. Keine Ahnung, wer die kommen. Waren wohl schon etwas länger hier und die sitzen da oben. Er zeigt mal mit seiner verwundeten, vernarbten Hand die Bergkämme nach oben, die ziemlich dunkel sind, aber naja, die Sonne ist schon untergegangen. Ob ich was erkennen kannst, du nicht. Er zeigt einfach nach oben, die Berge hinauf. Habt ihr schon mal Jagd auf die gemacht? Ja, wir versuchen es zu vermeiden. Keine Ahnung, was Berdito jetzt wie eine Laus über die Leber gelaufen ist, dass er morgen Jagd auf die laufen lässt, aber... Ja, die haben es sicher Ärger gemacht. Ja, er tritt mal unter sich mit dem Fuß auf. Was auch immer da unten passiert in der Mine, aber wir werden es ja sehen. Wie habt ihr denn... Wie ist denn das? Nimmt er auf seiner... Auf seinem Karakil auch... Er stockt etwas beim Aussprechungsnamen. Nimmt er auf seinem Karakil dann auch uns Gardisten mit oder ist es dem Endurium-Core vorbehalten? Hm, also... Ich glaube nicht, dass er uns mit... Ich habe da auch gar keine Lust drauf. Mal ganz ehrlich. Hast du gesehen, wie wahnsinnig... Naja, wird ein bisschen reiser. Hast du gesehen, wie wahnsinnig die Typen sind? Ja. Wenn man sich gut ansteht, könnte man vielleicht aufsteigen, aber... Ja, sollte man lieber auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, du musst für dich in die Jagd an irgendwo bewerben. Äh, nun... Ja. Äh, wie heißt du eigentlich, Bruder? Malvaricellos. Malvaricellos. Ich würde sagen, äh, wenn's dann... ...und morgen aufbrechen und, äh... ...wer die du vorellen sollte... ...leihen wir uns in zwei Fünfergruppen auf. Was hältst du davon? Du nimmst... Ähm... ...flat und... ...zeig auch noch zwei andere... ...Kamogatisten. Okay Mann, wir bleiben zusammen. Wenn wir da draußen außerhalb der Toren sind, ...was meinst du, wie... ...wie schnell dann die Maraskana ...wieder an uns dran sind? Ja. Oder dann wir durch den Wald laufen. Ist deren Gebiet. Ja. Je mehr wir zusammenlaufen, desto sicherer sind wir. Die Samurojins sind total verrückt. Ja, da hast du recht. Dann übernimmt du morgen mal die Führung. Ich werde gucken, dass hier von den anderen neun... ...keiner zu sehr ausschert und... ...dann sollte das hoffentlich klappen. Alles klar. Pass auf dich auf Mann, die... ...diese Samurojins sind so verrückt. Ich glaube, die sind auch alle im Bund mit Belhalama. Die schlachten sich auch untereinander. Man sollte ja meinen, dass die Maraskaner sich irgendwie mögen... ...und gegen uns zusammenstehen, aber... ...wenn du... ...wenn du mal siehst, wie die sich gegenseitig vernichten... ...zünden dann ihre Häuser an oder sowas. Keine Ahnung, Mann. Die sind total... ...ich verstehe das alles nicht. Okay, naja. Laufen sie noch ein bisschen weiter. Ja, während die anderen dann irgendwie beieinander stehen... ...vielleicht ein bisschen den Staub im Dreck mit den Füßen auffühlen... ...nicht genau wissen, was sie jetzt tun sollen... ...oder, ja... ...vielleicht ein paar Blicke austauschen... ...könnt ihr sehen, wie die doppelflügelige Tür das Tor aufsprengt... ...das mit Mons umschlagen ist... ...und eine huschende Gestalt steht ganz plötzlich dem Perdido. Wie ein Schatten flirrt seine Kontur. Keine klaren Umrisse und Linien, die ihr erkennen könnt. Aber... ...vermummt ist er wie ein maraskanischer... ...Ninjitsu-Schattenkämpfer. An seinem Gürtel hängen allerlei Mordwerkzeuge... ...von allerfeinster Güte. Mengbilla Glasdolche, Mandiscos, Blasrohr... ...Drolina-Vorrichtung für Springmesser an seinen Armen... ...Tutsackmesser und Nachtwind kompletieren das Arsenal. Ganz plötzlich steht daneben Perdido. Er scheint einige Worte mit ihm zu tauschen... ...dann könnt ihr wieder die kräftige Stimme von Perdido hören. Also gut. Ihr brecht sofort auf. Zehn Minuten. Dann habt ihr euer Gerödelt beisammen... ...und brecht jetzt auf. Schaut euch an mit seinen roten, funkelnden Augen. Scheint dabei dich, Efadaios, und auch... ...Varicellos zu mustern. Ich leg Varicellos zu. Los, Leute! Wo ist euer Kram? Euren Kram? Du, äh... Wie hieß die Nummer? Und Rodrigo stupst den Mann sanft neben sich an. Du, ja, Kram und Mann. Was ist los? Wo wollen wir nochmal Dienst? Ich hab das nicht ganz so gerallt. Wir müssen jetzt ans Tor. Wir müssen ans Tor? Naja, klar. Wir müssen ans Tor. Achso. Nicht an das... Naja, nicht an... Ich verstehe an welches Tor. Naja, die Sklaven sind los, euer Gehalte. Die kommen ja nicht raus. Selbst wenn sie raus sind. Wir wissen nicht, wie sie schärfen raus sind. Ja, wo wollen wir denn hin? Das ist ja der scheiß Dschungel, Mann. Wenn du da draußen bist, bist du einfach nur kaputt. Ja, das geht ganz schnell. Ja. Ja, Tür Agram und grüßt einmal die Leute, die am Tor stehen. Die nicken ihm auch einfach nur zu. Grüßen aber auch nicht zurück. Und dann werden die sich dann wieder zurück nach oben stellen, wo sie eigentlich vorher schon standen. Äh, denn das Tor wurde nicht unbewacht gelassen in der Zwischenzeit. Äh, Tür Agram und wo muss ich denn hin, wenn ich mal ganz was pissen muss? Jetzt schon. Ja, ich dachte mir, jetzt bevor die Wache beginnt, dann mal schnell. Interessiert mich nicht. Stell dich halt hin, wo du dich hinstellen willst. Ja, ist klar. Meinetwegen kannst du auch den Sklaven in die Baracken pissen. Hehehe. Hinterm Stall kann man ganz gut pissen, glaube ich, oder? Ja, wenn du meinst. Ja, ist klar. Stell dich zu den Tieren. Während, ähm, Efer Dajos, also unter offizieller Team, da seine Leute zusammenrafft, möchte ich mal da vorbeigehen, wenn man mir keine schiefen Blicke zuwirft. Bei wem willst du vorbeigehen? Bei Efer Dajos und seinen Männern. Hm, okay. Achso. Ich klopf jeden nochmal auf die Schulter und sag dann noch gut hörbar. Na Jungs, jetzt geht's los, jetzt leistet ihr mal was. Du kannst sehen, wie genau gegenüber Hock unter seinem Helm, kannst du sehen, wie er weint. Scheiße, ich habe keine Ausrüstung, was soll ich denn packen? Und was leiser zu Efer Dajos. Entweder glaubt ihr, ihr kriegt die Leute draußen von hier weg, oder wir starten genau jetzt die Ablenkung. Boah, alter Musik. John Rigo läuft so dran vorbei, Alter muss ich pissen hinterm Stall, das ist glaube ich die beste Position. Und geht dann langsam gemütlich Richtung Stall, nachdem er von Efer Dajos Seite aus abtaucht. Hab die Leute aber nicht berührt. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, das klingt dann so, als würde John Rigo da was einleiten wollen. Wie, wie geben wir Kasim das Zeichen? Ja, Vesper Thilio schreit einmal zu dir rüber, Jalan. Kommst du mit? Soll ich dir deine Stube zeigen, oder kommst du selber nach? Ich bin gleich da, ich will den Jungs noch einmal viel Glück wünschen. Du machst das schon. Ja, Jashnatus geht dann zum Essen in die Küche. Es wird Thilio in die Offizierskaserne, um zu schlafen. Herr Vernauer, sie müsst euch jetzt entscheiden. Entweder ihr geht los, dann halte ich John Rigo auf, oder hier geht vielleicht die Scheiße los und wir verziehen uns alle. Also gut, Männer. Man klopft noch einmal Potro auf die Schultern. Hast du alles dabei? Ja, alles klar. Na ja, Jalan schaut dich erwartungsvoll an. Jalan, äh, äh, ein guter Hinweis, äh, danke. Und er nickt dir zu. Habt ihr alles? Es kann jetzt losgehen. Gut. Alles klar. Wo kann man hier pissen? Hinter den Sklavenbaracken? Ist doch egal. Ja, alles klar. Wo schieb ich denn mal hin? Aufloch! Daraus legt Tork noch die Hand auf die Schulter. Ganz ruhig. Was für ein Josh? Jalan, Jalan, was machen wir jetzt? FH3 aus der Ansicht, wenn sie draußen sind, kriegt er ihr Leute in den Dschungel. FH3 ausriffelt mal eine heilbunde Seele. Aber unter welchen Bedingungen? Wann können wir dann fliehen? Wie sprechen wir das ab? Entweder klettert ihr hier raus und holt Wascha zurück mit der Leiter. Das schafft ich nicht, die Wand ist zu steil. Okay, dann starten wir wie geplant die Ablenkung, sagen wir in so einer Stunde. Ich hol Geron vom Turm runter. Ja, das wird unser Magier nicht überleben. Der stellt auf seine fliegende Schlange und dann ist unser Magier weg. Bockstein geht doch mit denen, dachte ich. Okay, tut er das? Ansonsten haut einer von uns Predigian an, dass er, sobald es losgeht, das Tor verriegelt. Hey Osko, wo ist der zweite Mann am Tor? Ich muss wieder nach vorne. Ja. In großen Schritten joggender Weise. Komm, komm, musst du noch pissen. Alter, was stinkt denn hier nach Urin? Mann. Das ist mein Hosenbein. Nee. Riechst du das? Der hat sich in die Hosen gepisst. Ja, ich riech's auch. Hey Mann, das erste Mal, dass wir hier auf das Rätschuhrad gehen. Kann mal vorkommen. Und dann bewegt ihr euch über die Steine an der Brücke. Vorbei in einer kleinen Kluft. Der Blick von dir fällt vielleicht nochmal an die Stelle, wo jetzt der Eismagier Kasim sitzen müsste. Zusammen mit seinem riesigen Schallgator. Der könnte dir jetzt sicherlich helfen. Und dann fällt ein Blick wieder an die angenagelten, an Boronsräder, angeschlagenen Sklaven, Freiheitskämpfer. Um die herum die ausgelösten Fallen, sowohl riesige Bärenfallen als auch die Sperrgruben, in die teilweise dieser Muburgens aufgestreckt worden sind. Und abgebissene Köpfe von dem riesigen Karakil. Oder in das zweite Laiber, von der er in Durium kam. Ja, Elfa Darus schaut auch halt in die Richtung, die du beschrieben hast. Und fragt sich die ganze Zeit, hm. Dann geht das los. Er ist irgendwie sichtlich angespannt. Und das Gefühl, es könnte jederzeit irgendwas passieren. Du könntest mit Attacken irgendwas sagen, wenn du Attack hast. Hm. Äh, nee. Aber, ähm. Der Offizier Jalakin läuft ja mit der, ähm. Mit dem erbeuteten Effort Bart rum. Und ist daher vielleicht erkenntlich, als... Nicht, äh. Also für Außenstehende als Nicht-Karmot-Gott ist. Ja, zumindest ist das das einzige, was sich von allen anderen abhebt. Ansonsten die martialischen Rüstungen, das ein wenig Blick auf Haut. Okay. Nee. Also er traut sich nicht, auf Attack irgendwas zu machen. Es sind ja auch noch andere Leute da. Könnten andere Leute da sein, die das verstehen. Gut. Ah, in der Zwischenzeit lasse ich mir dann erstmal meine Stube zeigen. Und ziehe mich dort für 15, 30 Minuten zurück. Und weiß erstmal, was passiert. Ansonsten schleiche ich wieder über den Hof. Also gehe über den Hof. Mhm. Okay, also erstmal zurückziehen. Ähm. Dir das Bett ansehen, was da irgendwie aufgebaut worden ist. Wenn man das Bett nennen kann. Ja, und vor allem erstmal... Zusehen, dass keiner von den beiden meint, der müsste mich zum Essen mitschleifen. Das brauche ich nicht. Wenn sonst niemand was vorhat. Dann mache ich sonst direkt weiter. Ja, ich wollte einfach mal schauen. Prinzidion steht jetzt oben an der Bronzen und Pforte, dem Eingangsportal zur Endurium-Mine. Was tust du dort mit... Tagunior... Tagunigua? Ähm... Ich versuch den erstmal so ein bisschen in Smalltalk zu... zu verwickeln. Äh... Bruder... Tagunigua war das, richtig? Ja, Bruder. Wie lange bist du schon hier? Ich... Erst seit vier Jahren. Kurz nach der Invasion von... von den Verdammten dazugekommen. Seit vier Jahren in dieser Mine? Nein, nicht in dieser Mine. Bei der Garde, bei der Garde, Mann. Glaubst du, ich würde vier Jahre überleben? Ja... Deswegen frage ich, wie lange bist du denn schon hier, in der Mine? Hm... In der Mine? Vor... Ich glaub drei Monaten oder so. Da hat der Dschungel langsam angefangen, von grün auf rot umzuschlagen. Müsste ungefähr so lange her sein. Und... Sag mal... Wie ist denn das hier so? Die... Die Maskana, die uns da draußen überfallen haben... Kommen die auch hier in die Mine? Versuchen die das zumindest? Oder ist hier... Naja... Kann man hier auch mal die Füße hochlegen? Ja, Füße hochlegen ist wohl nicht. Die... Die greifen schon das eine oder andere Mal an, aber... Ah... Ähm... Nicht in meiner Dienstzeit. Wir müssen trotzdem aufpassen, damit die Sklaven nicht rausrennen. Also... Entkommen tun sie eh nicht. Also... Nach Tuzak oder sowas. Oder... Zurück auf die Felder, aber... Ähm... Naja, dann fehlen sie uns satieren. Alle in der Mine. Und ich will nicht da unten arbeiten. Ja... Mit den abgemagerten Gestalten reicht da ein Mann, um sie hier zu behalten. Sag mal... Geht der... Geht der Pedilo nicht mit in den Dschungel diese Scratch-Shoe jagen? Ja, ich weiß nicht was er vorhat. Ich... Äh... Versuch mich von dem wegzuhalten, Mann. Ja... Ich wollt's grad sagen. Sie sind ja ein bisschen unheimlich. Man... Ich hoffe wir kommen ja schnellstmöglich wieder weg. Ja... Mhm... Genau das. Also... Streich wird's den ziehen. So bist du auch reingekommen, oder nicht? So ist es ja. Ich hätte mir nicht erträumen lassen, dass ich das mal sage, aber... Ich wünsch dir wieder zurück nach Tuzak zu kommen. Äh... Du kannst erkennen, wie jetzt sich gerade so ein bisschen Bewegung noch einbringt. Osko reicht wohl Pedido gerade ein... Ein Zettel. Ein Stück Pergament. Pedido unterschreibt irgendwas. Und äh... Dann faltet er ihn zusammen wie ein Briefchen. Tut das in eine kleine Depesche. Siegelt das einmal. Und äh... Tigrim... Der ist einen Namen du gar nicht kennst. Aber diese... Diese komische Schattengestalt, die immer zu verwischen scheint. Äh... Nimmt dann diese Depesche an. Und geht dann zum Karakim. Setzt sich drauf. Und verschwindet im grauen Nebel. Im Limbus. Boah... Wenigstens ist dieses Vieh weg. Ja... Weiß ich ja nicht. Die geben uns auch schon so ein bisschen Sicherheit, ne? Ich meine, wenn die... Die Maraskana angreifen. Wenn so ein Karakil aus der Luft und dann... Wir haben unten in der Schmiede haben wir Brandgeschosse und sowas. Können wir den ganzen Dschungel abbrennen. Ah... Das ist ja schön. Das war beeindruckend, als der... Perdidor auf dem Ding angeritten kam. Aber ich hab mir trotzdem fast in die Hose gemacht. Kann man die nicht irgendwo verstecken, wo ich mir die nicht die ganze Zeit ansehen muss? Hm. Aber was soll's. Schon gut, dass wir die haben. Im Gegensatz zu den... Dschungelbewohnern hier. Ich mach mir gerade ganz schön Sorgen so. Keine Ahnung, warum wir jetzt hier stehen müssen, aber... Was? Ich mein, guck auf den Poten. Irgendwas ist da unten passiert. So... Hälten wir, halten wir hier normalerweise nicht Wache? Ne, normalerweise nicht. Ich mein, wir schicken die Sklaven rein. Ab und zu steht mal unten eine Wache. Wird halt auch rausgetauscht, ne? Sonst wirst du halt auch krank wegen dem Endurium, aber... Das meiste macht unten der Akkoroboi. Wer weiß ja wo. Ach so, die... Ich dachte, die Sklaven bauen hier alles ab. Ja, Sklaven, Menschen... Ne, die meisten stapeln nur. Also, wir haben halt auch ein paar Leute, die dann buddeln und das Endurium dann per Hand nochmal rausfräsen, aber... Naja, das meiste macht der Akkoroboi mit seinem Speichel. Der hat ja irgendwie Säure drin und dir verdaut das und dann spuckt er das Endurium wieder aus. Wenn du Glück hast, hast du noch ein bisschen Gold dabei, aber... Naja, unsere Spiele ist voller Gold und... Das brauchen wir halt nicht. Wir schicken das halt auch mit nach Järgern, aber... Der einzige Grund, warum wir hier sind, ist eigentlich das Endurium. Die interessiert sich keiner fürs Gold? Ja, das Gold ist mehr Abfallprodukt. Sagt zumindest Perdido. Ich glaub, äh... Abwachs sieht das ein bisschen anders, aber... Einfach nicht mit denen diskutieren. Die Typen sind wahnsinnig, man. Dann können sie auch ein bisschen unseren Säuter erhöhen, wenn sie sowieso zu viel Gold haben. Bist du wirklich wegen dem Gold hier? Ja, ich bin hier, weil ich ein kurzer Streicherz gezogen habe. Siehste. Vielleicht ein paar Maraskaner in die Niederhöhen schicken kann. Überreden. Lügen. Okay. Schauen wir mal, hast du irgendeine Prinzipientreue oder Moralkodex oder sowas? Äh, Prinzipientreue gegen die Dämonenbündler vorgehen. Ja, wie hoch? Drei. Hm, dann geb ich dir das nochmal zusätzlich Herr Schwernis. Oh, jetzt war es heute erst. Und wir sind alle. Warte, ich find's grad nicht. Wir würfeln übrigens heute alles in die Box. Oh, sorry. Ja, kein Problem, hab ich zu spät angesagt. Ähm, wir würfeln alles in die Box. Ähm, wir würfeln alles in die Box. Ähm, wir sehen, das war quasi egal. Das hat der Verdariesser gesehen. Minus drei ist es dieses, plus drei. Jaja, sorry. Und... Ihr sammelt euch heute Misstrauenspunkte an. Und zwar bei zehn Stück. Bei zehn Stück ist Schluss. Ähm, das heißt, wenn ihr zehn Punkte angesammelt habt, die dann wirklich in die Hose gegangen sind, dann... Ja, solltet ihr hier am besten ganz schnell raus. Derweil, wir machen weiter mit Wascher. Ja, die steht jetzt oben. Hat sich das Ganze noch ein bisschen angeguckt, nachdem es da diese, diese Schreierei gab von Perdido. Ähm, das Endurium im Rucksack oder am Körper ange, angeleint, hat geschnallt. Das Vitriol hat sich mittlerweile so ein bisschen in dein Fleisch gefressen oder sie leicht gerötet. Also, tut halt ein bisschen unangenehm weh und prickelt. Aber du kannst dich auf alle Fälle dann mit dem Endurium elfeinhalb Stein vom Berg heruntergegeben. Eine Kletternprobe bitte von dir und dann stehst du wieder unten, musst dich da halt dann über diesen, ähm, ja über diese Schneise hinüberspringen. Aber man hat ja nur elfeinhalb Kilo Endurium an. Das ist halt nur eine Behinderung und das ist dann mit der Athletik gar nicht so schwer. Ja. Was gebe ich denn da ein als Behinderung? Was ist das? Äh, mach einfach eine Kletternprobe erstmal. Ganz normale Kletternprobe. Und danach kannst du eine Athletikprobe schmeißen. Ähm, die ist normalerweise, ich glaub, äh, Athletik ist äh, Behinderung mal zwei, oder? Kann das sein? Klettern auch. Beides. Beides doppelt wie E. Gut. Nochmal. Kann ich nachedgen mit meinem... Äh, also du hast jetzt, ähm, mit der Erschwernis durch deine Behinderung, die du jetzt nicht eingetragen hattest, ist es dann minus drei. Das heißt, du müsstest jetzt drei ASP nachträglich ausgeben, um diese Probe zu schaffen. Mach ich. Gut, dann, äh, hast du drei ASP ausgegeben. Trag das nochmal bitte in deinem Token nach, die aktuellen ASP. Mhm. Achso, ich mach das mal bei Fantasy Grounds. Genau. Also beides bitte. Und nur bei Fantasy Grounds kann ich's halt nur sehen, wenn ich auf dem Remote Desktop bin. Deswegen da nochmal am Token. Äh, dann stürzt du nicht schwer und bekommst keine Schadenspunkte. Kannst du also dann, äh, durch dein magisches Gespür die Sternenkraft in deinem Körper umlenken und, äh, im letzten Moment festhalten. Bevor du ganz hart aufschlägst. Alles klar, dann stehst du unten und, äh, ja, vor dir, wie gesagt, ein, äh, mal drei, mal vier Meter breiter Spalt. 20 Meter tief ist er. Also wenn man da runterfällt, äh, äh, runterfällt, dann tut das richtig weh. Du könntest natürlich diese Brücke hier nehmen. Aber das wäre bestimmt ziemlich ungut, denn da stehst du direkt im Fokus der Kammergarde. Und mit 11,5 Kilo Endurium im Rucksack will man nicht erwischt werden. Ich hab aber ja auch noch die Leiter. Die Strick, ja, okay. Das heißt, die könnte ich im Prinzip benutzen, könnte mich runterseilen und könnte sie dann einfach abschneiden, sodass man sie nicht mehr sieht. Dann stehst du unten im Grab. Hm. Das heißt, mit der anderen Seite müsste ich wieder hochklettern. Hm. Richtig. Entweder du springst rüber oder du versuchst dein Glück mit dem Klettern. Hm. Welche Wand sieht denn gefährlicher aus, die mich runter oder die mich hoch muss? Äh, das ist also eigentlich irgendwie so ein Spalt. Bisschen nicht ganz sicher, ob der durch ein Erdbeben entstanden ist oder sowas. Aber das ist halt ein glatter Schnitt nach unten und auf der gleichen Seite eben so nach oben. Okay, das heißt, es gibt nichts, wo ich jetzt sagen könnte, ich, ähm, nehme die Leiter erstmal mit runter, versuche quasi so zu klettern und werbe sie dann irgendwie hoch und versuche, dass sie sich an irgendwas festhält. Also quasi irgendein Stein vorsprung oder so, das geht nicht. Hm, ne. Wir können doch mal nachmessen mit dem Mess-Tool. An der Stelle, wo du bist, vier Meter. Okay. Ah, vier Meter. Was ist das? War ich das jetzt? So weit springen? Keine Ahnung. Ne, ich glaube, ich kletter lieber. Das ist mir sicher alles. Gut. Falls ich stürze dann. Äh, mit der Schreckleiter kommst du ohne Probleme runter. Ja. Das sei dir gegönnt. Dann stehst du unten und, äh, musst halt irgendwie wieder nach oben kommen. Ja, um drei erschweren das wieder, ne? Ja, Moment. Jetzt ist es natürlich kein flacher Abgrund wie hier jetzt anzusehen an den Höhenlinien. Sondern einfach eine steile Bergwand vor dir. Dann... Was hab ich denn so dabei? Hm. Vielleicht kann die ja die Erschwernis einschätzen und weiß dann, ob sie sich das zutrauen will oder nicht. Hm, für eine Erschwernis. Für eine Erschwernis. Puh. Kannst du natürlich wieder im Vorfeld schon, äh... Ja, ich setz mal zwei Aspen, dann bin ich leer. Ja. Ja, okay. Denk dran, wenn du im Vorfeld einsetzt, kannst du nicht dem Nachbarn einsetzen. Also, das sind ja sowieso keine Aspen mehr. Aber du wirst mal wieder rauskommen. Ja, dann hab ich die keine mehr. Deswegen ist es auch egal. Wie beim Vorfeld. Nur wenn ich halt leer, dann ist das so. Gut. Das heißt, du hast dein Fünfer Erschwernis. Du sitzt zwei vorher ein, sind vier Punkte. Das heißt, du hast noch ein Punkt Erschwernis. Ja. Ja. Und zwei Punkte durch die Behinderung. Hä? Ich würfel da auf einen höheren THW und hab die gleiche Erschwernis oder nicht? Du hast im Endeffekt jetzt vier Punkte in deinem THW-Rest. Ja, genau. Und dann hab ich die gleiche Erschwernis. Naja, einmal zwei durch die Behinderung und dann einmal fünf durch die Wand. Ach so, also sieben? Hm. Insgesamt sieben dann. Da willst du ja doch nicht die ASP-Einsätze runterklettern. Überleg dir das nochmal. Ich glaube auch. Oder du springst rüber. Wenn du rüber springst, könnte es natürlich ziemlich hart sein, weil wenn du 20 Meter runterfällst an der glatten Wand, vielleicht kannst du dich abrollen. Nee, ich versuch das Klettern, weil wenn ich dann am Bodenschiff herstelle, ich kletter zwei Meter hoch und fall dann nach unten, ist der Sturz nicht so schlimm, wenn ich springe und abflürze. Du kannst auch K7 fragen, wenn du Attack hast. Ich bin doch gerade schon in den Felsspark geklettert. Ach richtig, stimmt, du sitzt ja schon. Ja. Du hast recht. Also, nee, ich versuch das jetzt erstmal so hoch zu klettern. Einfach so. Mit der krassen Erschwernis. Ja, K7. Ja. Wenn ich stürze, dann bin ich erstmal unten, dann komm ich reich hoch. Naja, dann sitzt du halt wieder an der gleichen Stelle, wo du eben schon warst. Ja, dann kann ich mich immer noch entscheiden. Gut, willst du vorher ASP ausgeben? Nein. Warum ist sie denn jetzt unten? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Ne, sie ist einfach runtergeklettert mit der Strickleiter. Genau. Ah, ja, okay, ja, klar. Wollen wir wieder hoch holen, haben wir dann gedacht, scheiße. So, hier ist sie runter, das ist eben okay, weil Strickleiter, keine Erschwernis. Aber hier muss sie jetzt hoch. Ja. Strickleiter hab ich verpasst. Genau. Okay, dann fällst du jetzt von 4 Metern runter, sind 4W6-4. Es sei denn, du kannst eine Körperwäschungsprobe machen und die haben wollen. Die ist aber auch Erschwettung 4. Genau. Körperwäschungsprobe Erschwettung 4. Oder Athletik, das hat man sich auch so bei Stürzen. Dann nehm ich lieber in Athletik. Da hab ich einen Punkt mehr. Ja, aber du bist trotzdem noch ein bisschen behindert, ne? Achso. Ja, plus 4 immer noch, ne? Ja, genau. Plus 4 und dann noch die Behinderung von deinem... Nein, ich... Ja, okay, dann fällst du jetzt von 4 Metern runter, sind 4W6-4. Kannst du einmal würfeln, also einfach den W6 nehmen. Dreimal rechts klicken, dann hast du 4 Stück. Kannst du jetzt Schaden auswürfeln. Boah, kein Glück. 9-4 sind 5 SP, die du bekommst. Ja, dann bist du unten. Kannst du mal eine Selbstbewerschungsprobe nachwürfeln, damit du jetzt nicht laut aufstötzt. Wir geben weiter an. Ist die auch wieder schwer, oder ist die normal? Das ist eine ganz normale, jetzt ist es okay. Äh, Yalan. Hat sich jetzt eine Viertelstunde ausgeruht in seinem Bett. Sich ein bisschen gesammelt. Ist klar geworden über die nächsten Schritte, die er jetzt tun kann, muss. Ja. 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 Ja.